Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, nämlich zu einer weiteren Folge von It's Creepy, um genau zu sein, der zweiten Staffel. In der letzten Folge der ersten Staffel ging es ja um schreckliche Todesfälle im Disneyland. In dieser Folge soll es genau um, ja, was sehr ähnliches gehen, nämlich um fünf verschiedene Geistererscheinungen im Disneyland. Viel Spaß und hier natürlich auch das neue Intro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier müsst ihr etwas genauer hinschauen. Gesehen? Schreibt es in die Kommentare. Wie ihr gemerkt habt, habe ich diesmal gar nicht geredet. Einfach aus dem Grunde, um das Feeling vielleicht etwas zu verstärken, um das mal auszutesten und auf eure Reaktionen zu schauen. Findet ihr es besser, mit ohne reden oder mitreden? Schreibt es in die Kommentare. Da bin ich auch nochmal live eben kurz. Ich möchte jetzt CreepyOP-Fall wieder auferleben lassen, genauso wie Magix React vielleicht irgendwann auch wieder. Und Hakan muss natürlich auch wieder wegkommen. Hey, was ist los? Nein, aber das gehört jetzt nicht zu einem Video, nämlich ihr habt jetzt gesehen, ich habe auch ein anderes Intro, ein etwas einfaches, schlichtes, so einfaches Intro. Da möchte ich zum Beispiel auch, dass ihr mir gerne in die Kommentare schreibt. Das sind jetzt eigentlich so zwei Dinge, soll ich vielleicht dann demnächst wieder ein bisschen mehr auch was dazu erzählen, zu das, was passiert, wie in den alten It's Creepy Folgen oder soll ich weiterhin still bleiben und einfach nur diese gruselige Musik hinten einbauen und dann euch die Videos zeigen oder Bilder, je nachdem, was es dazu gibt. Und ist das Intro so okay oder wollt ihr lieber, dass ich das alte Intro weiter benutze, vielleicht so aus Nostalgie, altes Feeling oder was weiß ich was? Schreibt mir auch dies gerne in die Kommentare. Ich beende jetzt das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Magix.